so willkommen zurück zu part 3 des abospezials ab sofort nur eine dreiviertelstunde weil sonst kommt die verbindung zu dir ab und wir gehen auf regional und gehen auf rennen ok es ist wieder glück mit internet oder ohne glück man weiß es nicht aber diesmal nur ein doppelpart weil das würde das zu lange dauern ja, ganz genau, viel zu lange jemand spielt da vier mal mit 1000 bestimmt neue spieler ja ich bin im nächsten rennen mit bei habe erstmal konsole, playstation, fernsehen und computer erstmal gekappt ja aber ok schauen wir uns nochmal die Setschen hier an ja wie gut wir nehmen mal diese Wunder jetzt sind aber nur wieder neune da hat sich wieder ein paar ausgenockt aber ok auf jetzt es geht weiter abo spezial ein paar drei Das ist schon ein paar. Stell mal vor, man könnte ja schießen, Alter. Das wäre so richtig, ja. Ja, das ist doch bestimmt effisch. Ja. Also zu sagen, so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. I don't know. Wollte den Superkult ausweisen, aber okay. Ja. 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 Sag mal, dreiviertel Stunde ist Glücksack im Internet. Sag mal so. Ja, ja, so ist das. Fahrpöpfchen, fahr. So ist er da nicht degradiert worden. Achtung, die Verbindung könnte wieder instabil sein. Sollte ich mir mal so sagen. Wie gesagt, der dreiviertel Stunde ist der Glücksacker. Machu. Alter, so viel fucking items, ey. Und ich krieg nur das Mittelnäßigste. Das Lamer ist der Lamer, 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 Lamer. Mach's die Ruby. Hier sind alle mittelmäßige items. So bekämpft mir alle bis das Zeug seid hier. Moment. Ja, man schimmelt sich auch hinzuwech. Okay. Naja, minus 2 ist geht. War nicht ein guter Start, aber was soll's. Das hätte ich mir auch sparen können. Ne, ne, Leute. Da ist ein Witz. Könnt ihr mir nicht sparen. Wie gesagt, ich muss ja. Ich brauche immer das Abo-Spezial. Dann mach ich das auch. Zwei im Zwischen wieder aussehen, Noctay. Achtung, die Verbindung kann abkacken. Ja. Jut. Achso, eine Strecke würde ausgewählt. Soviel. Ja. Wie sind das hier noch's rein? Bei mir ein paar zwei. Okay, auf jetzt. Was? Hallo. Warte mal, ey. Also nein. So eine Stieoperatze. Der Lakitu ist so ein schlechter Arbeiter, ey. Der arbeitet nur billig. Ja. Der schmerzt doch. Die kommt hier aus Mario Kart Double Dash, ja. Die haben so gut geupgradet auf der DS-Runde. Nein, ich meine jetzt. Nach dem DS haben sie es gar nichts geupgradet. Nur höchstens. Alter, mein Alter hat geklaut. Arschloch. Das war mein, Alter. Dann werden wir das jetzt mal nutzen. Hey, der Spuse. Das ist alles. Und mit der Verbindung ist, da ist die Lens stabil. Na ja, sieht man. Werden wir mal neu schaden müssen. Wer sind denn die ganzen Haienis, Alter? Ja. Ja, Servus. Moment. Wir gehen nochmal neu hinein. Hab ja gesagt, ich könnte jetzt abkacken. Wie viel Zeit haben wir jetzt aufgebraucht? Neun Minuten. Und dann wieder regional. Ich glaube, wir bleiben bei gleichem Standard Curry. Ich glaube, ich hab's schon wieder geklappt. Ich muss jetzt selber nochmal neu starten. Moment. Moment. Sieht übel aus. Ich glaube, ich starte am besten hier wie Nummer neu. Ja, wie ihr sagt, sonst ist es auf dem Internet drinnen. Wenn nicht, werde ich den Partner kürzlich weitermachen und baue das ran. Moment. Ich geh nochmal auf das Software nochmal raus. Weil das hat das Jahr nicht geklappt. Ich geh mich alleine fahren. Das war der größte Quatsch. Gut. Tut mir leid, Leute. Ich hab ja seit diesem abkacken die Verbindung. Sind so viel mit dem Internet drinnen? Also immer mit gelöhnt. Gut. Das ist das Wartel. Ich bin dran. Wie viel mit dem Internet drinnen? Ja, ich bin dran. So, jetzt sind wir wieder in der Suche nach Spielern, okay, jetzt sind wir bestimmt wieder drinnen. Das tut mir leid, dass es immer abkackt und tut, wie gesagt, es ist Sonntag und sind sehr viel im Internet, weil Sonntag ist ja ein Tag zu Tag des Nächstes. So, und das ist ein Day of Nothing, sagen wir es mal so. Gut. Meine Runde, schön. Es tut mir leid, Leute, dass es abkackt. Scheiß, ich habe es vorbei genommen. Die Verbindung ist locker abkacken. Lass ihr beim Warnsymbol Bescheid wissen. Wenn die Verbindung jetzt abkackt, sage ich euch Bescheid. Oder seht ihr eigentlich selber, ja. Ich bin mir, äh, das braucht ihr nicht mehr Internetverbindungen, als sie bestehen hier. Und so beißen sie ja noch stärker. Aber, okay. War mir zu lange, bis die Verbindung nicht mehr hält. Die aus Japan sind erst recht harte Leute. Die haben das Spiel auch erfunden. Und hier gibt das Dreifachheit, das ist um die Ohren, sag ich jetzt mal so. Und hier sagt, ich muss wirklich die Verbindung nutzen, weil anders sieht das nicht. Und hier ist ein Geträn, 12.13 Uhr. Auch mal die Bombe ranschmeißen. He, außerdem lockt er da. Ha, vorbeishmissen. Woh, rausweißen. Noch ein bisschen Mushroom-Sheeting hier. Doch, ja. Das ist so, dass wir ja auch nicht mehr in Europa haben. Naja, aber dann geht's überall. Also die von den USA haben jetzt andere von zu reden, hab ich immer gedacht. Sobald die, ja, ja meistens selber Schauspielereien zum Fernsehen gezeigt haben haben, wie auf die Das soll nicht zu kumpeln sein. Durchrummeln! Ist die Krabbe nicht gestört? Ich mache jetzt so lange, bis die Verbindung abkackt. Ich habe es versprochen und dann halte ich das auch. Ich war ja hier nur am verheeren, verheeren, verheeren. Der beste Autoabzug, ja. Das werden wir gleich vergessen. Na ja, Minus 1, okay. Mehr Punkte gibt es. Jetzt ist so eine doppelte Verbindung. Warum wenn ich Global spiele? Warum nicht bei Regional? Verstehe ich nicht. Nee, schick ich nicht. Nee, schick auf 14 Krab. Okay. Ja, tut mir leid, dass ich hier zu dem nicht bin. Wollen wir loslegen? Nein! Wir werden nicht selber schauen, oder? Ja! Eine Strecke wurde auserwählt, Babypark. Ah, da können wir dreifach und fünffach reiten uns um die Fresse, Alter. Da können wir uns helfen fahren, Alter, sind wir hier aufs Maul, Alter. Echt? Du machst doch mal. Nein. Es tut mir leid, dass ich jetzt wirklich im Flugball bin, hergebrotten. Ich habe jetzt noch etwas gesagt. Steffi ist ja die schrecklichste Runde mit Eidens, ja. Das ist der Marktlichste Runde auf die Suppe, oder was? Weil ihr Kerstes so dichtst auf ein Feld... Okay... Aber wie sie die abgegradet haben, ist ja Wahnsinn, ey. Auf und der ist wahrscheinlich nicht so schön. Nee. Auf und der ist wahrscheinlich nicht halt so schön. Boah, der Gamecube ist recht nicht. Da wollen wir beide umkäßen hier. Es fehlt sonst noch mal einen Matsch-Schwurm. Ey, okay, der ist das Hardcore. Und schon wieder 8er. Ne, ganz weich, 9er. Aber wie ihr sagt, eigentlich müsste die Internetverbindung jetzt noch mehr hängen, weil du brauchst bei Glover ja noch mehr Verbindungsrate. Aber irgendwie klappt das gerade richtig gut. Das wundert mich ein bisschen. Ne, da sind wir so getriffst. Ich meine, regional sind es doch eigentlich doch eigentlich. Ich weiß ja nicht, bin kein Internetprofi, aber okay. Wäre ja episch, wenn ihr noch ein anderer Let's Player wäre, der das spielen würde. Aber das würde ich nur bei den Station Dom Tendo herausfinden. Erinnert sich wieder verknüpft. Erinnert sich mit dieser komischen, komischen Face da. Der war wohl ja nicht drin, wenn ich mich erinnern kann. Aber okay. Mindestens 8er müssen wir ja nur Punkte zu halten. Also nicht die mindestens 8er, sagen wir jetzt mal so. Um die Freunden zurückzukommen. Aber wie ihr sagt, die knallt sich hier mit einem Schiff, das ist kein Witz. Das sind wahrscheinlich nachher ein bisschen die Kommen, das ist ja nicht mehr auch noch rum. Ja, Pflanzer Attack. Wow. Es gibt eigentlich in fast jeder Marokatat ohne Schluchten. In seltenen Zielen gibt es keine. Und wer ist ja auch nicht, was die für den Hubraum fahren, die alle, ja. Man denkt hier, das sind wenige Items, aber das sind verdammt viele. Jetzt werden die anderen nur ein paar Powerdinger haben, das ist so Wahnsinn. Aber trotzdem, es wundert mich. Ich hab normal aber, der Internet kackt kein bisschen ab. Ich weiß nicht, woran das liegt, Leute. Als ob, als ob er das Schicksal im Streis spielt. Vielen Dank. So, ich hab hier, das ist so hart. Oh, ich hab jetzt. Genau. Machst die Momente jetzt irgendwie an, aber es mir nicht mehr, muhtgehend. Wenn ich so, ich hab' nieAm. Und er muss ich sagen, ja. So will ich nicht ausweisen. Ich hab' nie bei mir ausweisen, ne? So will ich nicht ausweisen. Aber einfach ausweisen. schon brennern weg man denkt das wäre ein einfacher ding leute aber das ist verdammt schwer kein scheißscherz ich dachte wenn es schwer ist, dass es wenigstens mehr gut erhebt, aber es ist unmittelbar zu sein das ist für die harten gewachsen schön abgeschmissen stirri verpiss ich noch ein trockener knochentyp film ich dir ey das gab dir mal richtig guten platz ne gut boah doch perfekt soo instrumentalpiste ich bin etwas nervös, ich auch warum hat denn die Verbindung so geklappt jetzt das ist wirklich als ob der schicksal Mensch 3 spielt neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier hey der hat noch fünf sekunden Mensch was er ernst sagt was er ernst sagt haha geil er wäre ihn weiter hätte ich hier, er wäre jetzt auch mit ne runde ja aber jetzt sind sehr viele europäer mit bei neun, ja 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 jahre Da mache ich ja wirklich viele globale Händlige und Heider sind nicht versprochen. Ich habe ja gesagt, ich habe versprochen, ich spiele es ab, jetzt spiele ich das auf. Aber jetzt ist das Ding noch hart genossen, ja. Nein, das ist meine Router. Und jetzt verlangt immer noch das Dikierspiel zu. Und das ist mir ein bisschen kopfkratisch. Alter, geil, Appeswitch, ey. Huah, Stachii! Scheiße. Sonst werden wir die nächsten Explosionswände mit drin. Wau, mit für die Vögelhund. Und mit ist auch ein natter Kollege, muss ich sagen, ja. 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 Wir werden nicht Händl. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Auch Feuer besiegt. Aber okay. Leute, die Verbindung ist hier instabil, nur als Info. Ich habe ja gesagt, wobei es hier viel zu viel ist. Ja, kreisig, 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 höll du erster. So können wir die Lüten nicht schon verbraucht haben, oder? Gut, okay, was sagt die Uhr? Gut, bis zum nächsten Part. So Leute, es geht weiter, wir sind wieder regional. Das ist besser, weil wir, so gesagt, sonst nur Verbindungsfehler haben. Aber, okay, das soll jetzt egal sein. Wie es sei denn, global brauchen wir los, die Grenzen zu schauen. Aber, KPR, da kackt die Huppe in der Unfall ab. Ich weiß, wenn ich es jetzt glauben mag. Aber, okay. Ich verarsche wirklich nicht, liebe Leute, weil es ist kein Scherz. Ich verarsche keinen. Ich habe ja, als er bei Global würde das abkacken. Irgendwann würde es da nicht mehr gehen. News. Da kann man es auch wenden. Da kann man seine Spielanzahl bestimmen. Er hat einen Galtfilz. Eigentlich schön. Runter geflogen. Alter. Er fährt mit Tanooki Mario, oder wie das heißt. Muss man eigentlich nur nachsearchen. Er spielt auch irgendwie abzuscheißen. Ich bin eigentlich ganz alleine, der stehen tut. So, wir sind jetzt hier durch. Gleich. Jut. Jetzt sind wir mit drin. Und die ganzen Männchen kommen auch schon an. Das müssen wir gut zeichnen. Nimm wir. Wie sie mal einfassen. Nimm am besten die. Na, haben die anderen keinen Bock? Doch jetzt. Wir müssen ja sagen, so, ähm, wie lange dauert denn? Wieso ne nehm ich denn? Keine Ahnung, keine Ahnung, Mensch. Nachdem mit den Schluchten wieder, ja. Schluchten, 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 Schluchten. Ja, 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 ja. Hallo, Mensch, wo soll ich schon haben? Macht doch mal. Also nein. Juhu. Fuckin' was wooms. Und dann sah das so auf Fuckmoons. Ich bin jetzt immer wieder auf die Verbindungsrate, weil... Das muss sein. Wow. Jo-oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Auch noch ein paar Gemadala. Ich muss die Kohle nehmen. Ich bin einfach so doof, du hörst. Ja, ja, ja. Hat hier gerade jemanden gehauen? Ja, ja. Ja, ja. Das weiß ich selber nicht. Aber, okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Bro! Oh fuck! Ja ja und so, wir fahren dann noch weit mehr in dieser Küstenwelt hier, oder? Kann man auch wenig rummeln, Alter? Ja! Den ist rum in Schieden, Alter! Das ist Luft! Den fad ich fast heute eigentlich nicht treffen. Warte, ein dieser Collagen jetzt so... Uah! Die gasier mich doch nicht so ab, dass sie meint! Scheiß Lakitu, Alter! Ja! 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 Ja, geht noch! Der Gondelangrad ist der Letzte! Ja, du Scheiße! Er hat den Toren auch schon mal das Letzte! Auch da hinten zu sehen! Ja! 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 Warum vloggen die, sehe ich die ganzen Idioten aus? Keine Ahnung. Warum vloggen sehe ich die ganzen Trottets wieder aus? Das darf ich nicht. Und da versteht ihr das. Das hat man so viele schöne Fahrer, und dann wird man sagen, pfff, verpiss mich. Spider-Key ist mit dabei. Der macht bloß alles, der macht bloß die ganze Fahrstrecke zur Hölle. Das ist für die Spider-Key-Abeneigung. Ne, wenn Spider-Key dabei ist, will ich nicht fahren. Der redet nur Scheiße, Mensch. Die kann nicht Worte leiden. Als ob andere keine Scheiße reden. Als ob die dann so klug sind. So scheiße klug. Autsch. Wenn Mama hat hier hinten einmal einen Hinten-Attentat umgelegt. Tschüss, Q. Ich werde nicht. Maschmum, Maschmum. Dün dün dün, dün dün, dün, dün dün, 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 dün... Eksi bei exterio. und der schieb doch kein kann ich schieb denn weil das nicht geht und so schieb denn so schlecht oh der war klasse Blitzetekt Nein, 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 verpiss nicht, warum? Den hier war er noch hinten, nicht mehr so. Oh, 13, gibt es alle. Warum ist denn mit dem Tausendrtoner so schlecht? Muss er jetzt etwas suchen, ich suche ja auch gerne, aber okay. Dann musst du nicht für die Tausendrtonen abkacken, du. So. Hier, komm, Stu. Alter, sechsmal Wario-Potter, da können wir... Warte, 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 warte. So, wie gesagt, welche Wahrscheinlichkeit spürt die Hauptrolle, genau, die Wario-Pfad. Hallo? 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 Mach doch mal, du Fatsalte! so, wie gesagt, meine Frau, das hat schon aber es hat. Ach, so, wo ist der 된 Konto? Warum, was warst du eigentlich besch mari Heat passieren? Warte, dachte, was functionality ist, du bist überzeugter der Sale? Ich kann doch nicht rein, vergiss es! Du solltest du anders ein bisschen wieder drin. Eure Tonezweif! Hallo Freund! Hier Ausweichetech! Ich hatte Ausweichetech und nicht reinfahren! Ich bin alle Tonezweif! Entsätzlich steht, wie bei GTA geht das mit Stimme, aber warum geht das ja nichts? Da muss er noch jeder nicht vorsenden hören Die meisten sind nur wie Yoshi wieder aussieht Hörschi ist ja so ein drögerndes Gehen. Ja, gibt's auch noch mal einen Kottig-Wees. Kevin ist erster. Kevin! Kevin! Oh, naja. Ja, na klar! Er kehrt mich und fährt selbst drin, ey. Was für ein, was für ein Irrannseiner. Ist wirklich Wahnsinn, ey. Er schießt mich ab, aber fährt selbst zu dämlich und fährt selbst drin, ey. Das ist immerhin keine Worte, die Leiden, ey. Wenn man ja so bietet und dann sagt, äh, nein. Ist ja auch zu werden, zu werden ist geil. Ja. Einer grünen Teile kriegt mich nicht. Ach so gesagt, die kriegen mich nicht. Also können wir mal so schlecht hören? Oh komm, bevor die Verbindung abkackt. Komm dann, Dings muss Mario! Und letztens unteren. Wollt meine Belaunung abkassieren. So, gut. Oh, das ist ja nächstes. Das nimmt Ferrari-Arena. Er ist etwas nervös, okay? Okay. Wollt ihr denn die Buttonsmashing hallo machen? Hallo, 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 hallo. Ach, die Runde. Die hat extrem viele Traps. Jopp. Twerp reich, twerp reich, twerp reich, twerp reich. Hmmmm-hmmm, ja. 約ööh, ja. Zimusma durchdrehen, DIn. Hohohohohohohohohohohoh. Jumsverdürst перемdrehen. Hallo, 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 hallo! Oh, wir sind fünfsteig. Demn hier sind auch immer gingsier. Stonehenge rippt er los! Wow! Hab ich ja gesagt, wer freist bis zu mir nicht mehr. Ne? Autsch! Bösser Stein! Gäste nicht, gab es die bei Mario Kart hier bei der Super-Sente auch schon? Bei der S.I.S. Sneeze! Schnee ist über... Autsch! Bei Spende sind ja zwei Viertel nicht nach vorne, okay. Hey! Stell mal vor, die werden fast die Bewertung, ey! Wir würden alle hier Endflatsch machen! Ja, aber auch so! Braum, bläse! Kann man ja auch so wenig abkürzen, ey! Einschränkungen! Die sind ja auch so viel abkürzen! Wir sind ja auch so. Wir sind ja auch so lange im Web-Best. Wohin, ein Idioten? Wir sind ja alle zusammen. Wir sind ja auch so gut. Wir sind ja alle, wir sind ja alle. Wir sind ja alle, wir sind ja alle, wir sind ja alle. ja ja er ist bei der kiste ja es geht aber er freut sich noch hat jetzt kein abzug ja ja komm steig nicht besser steigen also wirklich muss mir noch ärgern wo ich schon gewonnen habe also so ein unhöfiger stein ey so ein stein mensch ja wollen wir loslegen david na klar doch warte mal hallo 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 Ja, wassup, Puck, schön, 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 Juvie, Mario, he, he, he. Auf jetzt, auf jetzt, auf jetzt, mach doch mal, Mensch, also Arschloch, ey. Wie sein, überwurmen's, mehr Käse? Ja, könnte ich mal so immer nötigen Bumerang, ey. Wenn wir so lehmer, lange weiter haben wir, das ist bestellbar. Ja, Elf hat's hab ich abgesehen, ey, ne? Elf, ein bisschen was, ey. Deswegen scheiß Bananen. Wenn man ja gut nur vorab kürzen kann. Na, wenn man ja nicht vorhin die Dinger da weggedreht werden würde. Na, alles so wie Yoshita Schumelbauer. Jetzt kann man sich hier an, äh, wenn's ja schön gesehen, wie die sich alle mit, mit herseigen Items da so gesagt, ich versuchte die dann. Ja. Autsch. So, jetzt bin ich für Doppel-Eins. Das heißt nicht zweimal Erste, Leute, nein. Das heißt Fail over Fail over the Fail. Also, ich sag mir als Doppel, also die doppelte Punkte, Mensch. Dann kann man das freuen, leider, ja. Drum ist ein Soda-Dinger da. Mushroom. Noch ein hässlichen Mushroom. Ja. Für Tausende von Google will ich es jetzt, ey. Sie wollten es erhitten. Und dann müssen wir hier Mod-Programme rauf fahren. Minecraft Mario Party Mods. Ah, nicht... Was red' ich da? Mario Kart Mods, verdammt. Keine Minecraft Mario Party Mods. Ja, weil das Begriff Mod von Minecraft nämlich... Eigentlich so gesagt. So gesagt, eigentlich hat Tief ist... Komm mal Schwung, komm mal Schwung, komm mal Schwung! Und durchs Türchen! Yay! Das war doch geil, yeah! Oh yeah! Oh geil, yeah! Oh Mensch! Fail over Spyderkey, ey! Ja, ein bisschen Arschericht. Failen! 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 Das macht dein Leben wie bunter! Wir feilen, wir feilen, und feilen, und feilen, und feilen, und feilen, und feilen im Zorbitland. Meinst du, weil wir diese olle Party-Straße haben? Ihr wisst doch, warum sie die Party-Straße haben wollen! Im Teenage Mutten Ninja Toad, Alter! Ja, ganz genau! Dann sagen wir mal Teenage Mutten Ninja Toad Hallo, nicht wahr? Hallo Teenage Mutten Ninja Toad! Was geht ab? Da ist die da, da ist die, ne schwöre Ninja Toad! Hallo meine lieben Leute, wir feilen uns mit dir mehr! Wir hauen uns die Items an die Schnauze, Alter! Heute hab ich auch gehalten, da! Wow! Der nächste Fehl ist schon vorbereitet, Leute! Alles Sonntagsfahrer! Oh scheiße, ja! Da sind das Muttersfahrer, die ist ja auch bestimmt! Wir willst'n Lustteier, Alter! Ausweiche Tech, weil da so ein Teil war! Wir haben so'n Kugel-Willis! Alle, wir haben so'n Kugel-Willis, das ist ein Kugel von Kugel-Willis, das ist ja auch so vieles! Oh ja, das war gut! Er wusste, dass' ich Speierlacke bin! Aber vorher ist noch keine Zuschauer aus diesem Land Tabi, weiß nicht wie ne Flagge ist, aber ... Man muss ja nicht alles wissen! Oder... muss man alles wissen? Leute... Ich bin ein... Ich bin ein Spul-Enemy. Ein feines Lernens. Und das meine ich jetzt nicht aus Albernheit. Ey, der hat mich auf hier müssen. Klapp, 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 klapp in die Käseln ab, ey. Käseln. Klapp, klapp. Tagenheit. Die sind ja sowieso auf dem... Was, Käseln? Keine Ahnung. Oh, der ist reingefahren. Der ist reingefahren. Der ist reingefahren. Und der ist reingeworzelt. Neue. Der hat unbedingt irgendjemand einen Stern. Ich glaube, ich... Oh. Ich wollte die gerade umhüten, aber okay. Oha, Kugasilli. Ausweist-Attack. Deine Ahnung. Ich bin ein Ritten, ne. Ich bin ein Ritten. Ich kann's weiterkillen. Ich bin ein Bedrohung, verdammt! Klapp! Klapp, ich bin ein Bedrohung. Ich kann's weiterkillen. Einer... Einer. Einer. ich bin ja schon ganz so schön geworden warum sie mich immer blöder bestrafen blöder blitze da hat bestimmt sie nach dieser Teenage-Myth Ninja Toad da geschmissen aber logisch nicht wahr Teenage-Myth Ninja Toad Ninja Toad Ninja Toad Ninja Toad ja wir machen jetzt bis zu 33 ja der D-Kai-Jung ist eigentlich geil der ist durchschnitt auch eine Hackerin aber scheiß traurig ja ja wir können sich hier nicht au... na sagt nicht, da sind wir jetzt zwei ausgelacht sag nicht, da hat sich wieder zwei ausgelacht Mensch, ich werde nicht, dass sie sich ausgelocken müssen alle drinnen bleiben Das Spiel ist eine Zwangsvollstreckung, verdammt. Das Spiel ist eine Zwangsvollstreckung. Wer ausgelangt wird, geht ins Gefängnis. Ich bin so blöd, ey. So blöd, 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 blöd. So, auf geht es. Kevin ist wieder mit Boydus, gefällt mir, ey. Kevin, ja, es ist Kevin, ich höre aber Kevin. Ich weiß mich auch nicht, wenn ich einen Kevin hätte. Ich habe es mit dem Schnuch nicht wieder, Alter. Und jetzt, oh, ein Trap Attack. So, ich bin neunter, wie schön. Weg 5, alles klar. Große 5. So, jetzt bin ich doch schon in der Springe, in der Klappmühle. In der Klappche. Oh, das ist okay, genau. Wollen Sie die YouTube gucken? Ja. Oh, das ist doch weh. Wie kann man so ein Ding vor die Frösse bekommen? Ich will doch essen, verdammt. Will meine Zähne nicht verlieren. Obwohl ich meinst, was du faust, die Zähne rutschen könnte, muss ich zuheben. Jetzt muss ich scheiße nochmal zuheben. Aber ich esse auch nicht so viel zu essen, nee. Also ich esse fast food, aber... Okay. Er freut sich gemeint, Alter. Ja, das ist so. Oh, der Buch ist ja noch hardcore, der so lange ausletzt ist. Ja, die Bummerangen sind ja ein bisschen geheblich, ja, die krieg ich auch immer noch, krieg ich auch irgendwie nur selten, ja, krieg mir jetzt ne fucking Mushrooms hier, ja, ja, nur fünfmal nicht schneller, Mensch. Was ist denn das für, was ist denn das für eine Logik? Ganz knapp, fünfter, okay. Ja, von 10 ist okay, gut, ja. Die grüne Mitte. Ja, okay, knapp über der grüne Mitte. Eine Runde fahren wir noch. Komm, Vario Arena. Vario Arena, nyo, 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 nyo. Das ist du. Das ist du, Alter. Nettes Mal gewinn ich, okay, wenn du meinst. Dann bleiben wir mal sehen, ob du gewinnst. Vergeiß ich es sowieso wieder. Ja, 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 ja. Jo, Vario Arena. Schön, 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 schön. So merk ich das. Ah, mit Mut! Schöner Name. Achmed! Hallo? Das ist immer so lange ein Brauch, ey. Ich fände sie mit Penis, ey. So ein Spiel kann ich überhaupt nicht bleiben. Schöner, und... Ich weiß nicht, ob du nicht so bist, oder was? Wie kriegst du einen EDK für 50 Cent? Ja! Der Elektriber! Der Start, du bist Enemies. Der Start! Der Start, der Start! Nein, 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 nein. Hier kommt Barrio Sieg uns noch eine Scheiße, oder? Barrio Stadion Ich spreche die Explosion Ich kann unter Wasser fahren, wie schön Voll geblitzt einer Geblitzt, ich wurde geblitzt Ich würde etwas schneller fahren, nicht wahr? Ja, Blitzer Attack, ey Ich würde gerne mit dem hier wachsen, Leute Dann bin ich schon wieder groß Ja, bin schon wieder groß I understand Jetzt verschiebt doch mal schlug Die Wannikern setzen sich in den Schluchten überall Schluchtenreife Schluchten Wurde schon wieder geblitzt Ich glaube, dass ihr immer Verantwortlicher seid Ja, die sind jetzt verantwortlich Ja, wahrscheinlich Da kommt Panorafim vor Wir sind bei 100 Jahren So Gehe, 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 Gehe Gehe, 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 Gehe Gehe, 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 Gehe Gehe, 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 Gehe Gehe, Gehe Gehe, Gehe Gehe, Gehe, Geh Gehe Gehe, Gehe, Gehe Es ist das Przyje, Gehe Gehe Dann stellen Sie mal an die Autodesk Gehe Gehe Vielen Dank.